Ja, Peter, deine Analyse, nachdem du das jetzt alles gesehen hast, zuerst den Rückzug des Kanzlers, der ein Rückzug auf einen Posten ist, den du selber über viele, viele Jahre begleitet hast, nämlich den Job des Klubobmanns, dann die Zustimmung des Werner Krogers weiter zu regieren mit Schallenberg als neuen Bundeskanzler und dann den etwas begossenen Brudelbemmeler Randy Wagner, die jetzt ohne Kanzlerschaft dasteht. Was ist dein Resümee zu Kurz, zu Schallenberg, zu Krogler? Mein Resümee ist ein bisschen anderes als deines, lieber Wolfgang, denn du hast jemanden vergessen, der größte Verlierer des heutigen Abends heißt August Würginger, weil der ist ein Job als Klubobmann los. Das ist einmal unbestritten, außer er wird vielleicht Geschäftsführer der Klubobmann und sie lassen sich in eine Konstellation einfangen, aber jetzt weiß ich, warum der August Würginger die letzten Tage schon so unleidlich war, weil das hat sich schon abgezeichnet. Aber Spaß beiseite, was heute passiert ist, ist eine Politkomödie, Schaunerschaube, das ist die rot-weiß-rote Schaunerkomödie, die sich da abspielt, denn das ist eine Farce, die da heutige Rücktritt, eine richtige Farce, denn Kanzler Kurz bleibt Kanzler, er hat halt nur einen Sekretär jetzt dort sitzen, der als seine Marionette seine Befehle dort befolgen wird und hat sich halt zwar offiziell aus dem Kanzleramt zurückgezogen, bleibt aber auch offiziell der Leader, der Minimo-Leader der ÖVP und wird als Parteiobmann und Klubobmann dort die Fäden ziehen. Das ist komödiantenhaft, das ist nicht ernst zu nehmen. Die ÖVP hat einen Parteiobmann, der schwer angeschlagen ist, wenn der Staatsanwalt nachläuft. Also das muss die ÖVP mit sich klären, aber sei es drum. Und ich sehe auch den Werner Kogler nicht als Gewinner, sondern Werner Kogler ist einer der Verlierer heute, denn der muss zwar nicht mehr mit Sebastian Kurz, aber mit seinem System regieren, denn die Bonellis, Fleischmanns und wie sie alle heißen, die da jetzt zum Staatsanwalt gejagt werden, plus die Regierungstruppe, die Türkise, sitzt dem Kogler jetzt vis-à-vis und wir können uns darauf vermassen, dass ein einziges Wort für diese Truppe jetzt gegenüber dem Kogler im Vordergrund steht, nämlich Rache. Der Kogler wird das spüren, wir werden in unsichere Zeiten gehen, diese Regierung kann nicht mehr miteinander, nachdem was vorgefallen ist. Und das wird also sehr, sehr spannend werden. Ich sehe aber auch nicht Randy Wagen als die große Verliererin. Natürlich hat sie hier einen Schatten übersprungen, der von der Warnitzke-Doktrin ausgegangen ist, nicht mit der FPÖ zu sprechen, aber mit Verlaub, wir leben in einer Demokratie. Und in einer Demokratie muss jeder mit jedem sprechen können und muss jeder mit jedem zusammenarbeiten können, der vom Volk ins Parlament gewählt worden ist. Und daher habe ich einen Respekt vor dem, was Randy Wagner zumindest versucht hat und auch vor dem, was Werner Kogler versucht hat, nämlich eine demokratische Normalität einkehren zu lassen. Und für mich ist der große Gewinner des heutigen Tages natürlich Herbert Kickl, weil es sich gezeigt hat in der Realpolitik, wenn es darauf ankommt, dann tanzen Grün und Rot bei Herbert Kickl an, um mit ihm gemeinsam eine Regierung zu bilden. Wunderbar, was Besseres kann dem Herbert Kickl nicht passieren. Die FPÖ und Herbert Kickl ist sozusagen ins Gravitationszentrum der Politik zurückgeholt worden. Und die Bevölkerung hat jetzt miterlebt in dieser Ausnahmezeit, dass die freundliche Partei eine wesentliche Rolle in dieser politischen Situation spielt. Und daher erzählt er zu den Gewinnern des heutigen Tages. Ja, Peter, ich bewundere immer deine blaue, liebe Lungentreue, selbst in schwierigsten Zeiten. Ja, das zeichnet dich und deinen Charakter aus, dass du den Glauben an das Gute in der blauen Partei, sprich in der FPÖ auch noch weiß ich, wie viele Pleiten, noch immer nicht aufgibst. Aber kannst du mir erklären, warum der Herbert Kickl Gewinner ist, wenn er im anderen Fall der entscheidende Faktor einer Vier-Parteien-Konzentrationsregierung gewesen wäre oder der entscheidende Faktor, um Sebastian Kurz mit einem Misstrauensvotum aus dem Parlament zu jagen oder der entscheidende Faktor für Neuwollen, jetzt sitzt er zu Hause und kann Krenn reiben? Nein, nein, das ist ganz was anderes. Die Bevölkerung konnte jetzt in den letzten 48 Stunden miterleben, dass sowohl Grüne, die ja immer gesagt haben, sie sind nur deshalb in der Regierung, um die FPÖ zu verhindern, als auch Rote, die eine Warnitzky-Doktrin haben, nie mehr mit der FPÖ. Beide, beide am Paket des Herrn Kickl angetanzt sind, um mit ihm eine Regierung zu bilden. Und nach meinen Informationen war diese Viererkonstellation sehr, sehr weit gediehen. Ich bin mir sicher, sie wäre zustande gekommen. Und das hat auch Sebastian Kurz überrissen. Und deswegen hat er den heutigen Schritt gewählt, zur Seite zu treten. Er ist nicht zurückgetreten, sondern er ist zur Seite getreten. Er hat das gemerkt, wenn er jetzt nichts tut, dann ist er weg. Und zwar die ganze ÖVP in der Opposition, weil diese Viererkonstellation sehr, sehr weit gediegen war und weil sie zustande gekommen wäre. Und das ist der große Erfolg des Herbert Kickl, dass die Bevölkerung heute weiß, wenn es darauf ankommt, ist ohne der FPÖ kein Start zu machen. Und das ist das, was Herbert Kickl, der kann heute feiern, der kann eine Flasche aufmachen, weil Grün und Rot beide ihre Doktrin, die sie über Jahre und Jahrzehnte hatten, über Bord geworfen haben, wenn es darum geht, sozusagen an der Macht zu bleiben oder an die Macht zu kommen. Für mich ist das ja politische Normalität. Aber die Bevölkerung hat jetzt gemerkt, die FPÖ ist im Zentrum der Politik nach wie vor und nicht wegzudenken. Ja, lieber Peter, ich bewundere deinen blauen Optimismus, aber ich muss das schon schwer widersprechen. Ich glaube, der Herr Kickl kann heute keine Flaschen aufmachen, und der kann heute den ganzen Abend Krenn reiben, weil es ist ja wohl ein großer Unterschied, ob jemand sagt, vielleicht hätte die Wari irgendwie Teil einer Vier-Parteien-Koalition geworden. Wir kennen ja die Häti-Wari-Koalition. Oder ob er das wirklich gewesen wäre. Denn der Erfolg des Herbert Kickl wäre ja gewesen, wenn er mit denen wirklich in einer Regierung gesessen wäre. Das allerdings ist zerplatzt wie eine Seifenblase. Das kann er sich jetzt an die Wand abbeziehen. Also ich weiß auch nicht, ob du noch dich erinnern kannst an das Interview der Randy Wagner der Zeit in B2, wo sie sehr konkret, erstens einmal natürlich viel zu früh und völlig falsch, ihre Kanzlerträume mitgeteilt hat. Und zweitens mitgeteilt hat, dass sie bereit ist, mit Herbert Kickl in einer Regierung zu sitzen. Ich meine, ich glaube, ich habe geträumt, wie ich das gesehen habe. Das hat sie wirklich gesagt. Und ich bin selbst davon überzeugt, dafür wird sie in den nächsten Wochen von der eigenen Partei noch an die Wand genagelt werden. Ebenso Kogler. Kogler, der seit zwei Jahren durch Österreich läuft und sagt, ich bin nur in die Regierung gegangen, um die FPÖ zu verhindern, trifft sich mit Herbert Kickl zum Parlieren über eine Regierungszusammenarbeit. Lieber Wolfgang, da sind Tabus, politische, innenpolitische Tabus von Grün und Rot gebrochen worden, die natürlich den Herbert Kickl insofern nutzen, weil die Bevölkerung erst einmal sieht, dass wir in einer Demokratie leben, wo niemand ausgegrenzt werden kann und soll und wo, wenn es darauf ankommt, selbstverständlich die FPÖ und Herbert Kickl am Regierungstisch sitzen. Das ist die Lehrstunde der letzten 48 Stunden. Nicht eine Verzweiflungstat des Herrn Kurz, der jetzt sein Kanzleramt einer Marionette übergibt, die er vom Parlament aus jetzt befähigt und für die Zukunft in Wahrheit selber am Tisch sitzt, sondern das ist das Entscheidende, was heute in der Innenpolitik in den letzten Tagen und heute passiert ist, dass eine politische Normalität eingekehrt ist und dass jeder Wähler und jeder Österreicher und jeder Österreicher sieht, dass es mit diesen Ansagen niemals mit einer FPÖ seitens Grün und Rot, das kann man vergessen und das können sich auch alle FPÖ-Wähler jetzt wie eine Fahne ans Reverse stecken. Die FPÖ ist im Zentrum der Politik und das ist der Erfolg des Herbert Kickl, dass er hier es geschafft hat, diese FPÖ ins Zentrum der Politik zurückzuholen. Lieber Peter, es ist immer schön mit dir zu streiten, wenn du da in deinen blauen Wunschträumen bist, ja, aber ich darf noch einmal sagen, es ist ja wohl ein Riesenunterschied, ob Leute über etwas reden, ja, völlig konsequenzlos darüber reden, oder ob das dann durchgezogen wird. Und der Herbert Kickl war ganz knapp davor, seinen großen Erfolg zu feiern und in so eine Vier-Parteien-Konzentrationsregierung einzutreten. Und dann wäre er wirklich der Hero gewesen, dann wäre er wirklich sozusagen fast heilig gesprochen gewesen, wenn er da drinnen gesessen wäre, da hast du völlig recht. Nur das ist zerplatzt. Und insofern ist der Herr Kickl der große Verlierer des Tages, weil das kurz vor der Realisierung geplatzt ist. Und das mag zwar ganz richtig sein, und da hast du völlig recht, dass die Pamela Rendi-Wagner hier eine rote Parteidoktrin auf den Müllhaufen geworfen hat und dass der Herr Kogler seine Basis da sprachlos hinterlassen hat. Aber letztendlich steht fest, es hat nicht funktioniert, es findet nicht statt. Und damit ist der Herr Kickl der Verlierer. Punkt. Das kannst du drehen und wenden, wie du willst. Also, ich weiß schon, du musst ja da immer für die ÖVP auch viel Stimmung machen. Das stimmt halt einfach nicht. Warum musst du dann du für die FPÖ, bitte, lieber Peter? Der Kickl kann heute nicht Verlierer sein. Der größte Verlierer ist heute Herr Wöginger, der seinen Klubobmann verliert. Der zweite Verlierer ist in Wahrheit der Herr Kurz, der sein Kanzleramt aufgeben musste. Und der dritte Verlierer sind Grün und Rot, weil sie ihre grundsätzlichen Doktrinen über Bord geworfen haben. Dann bleibt nur mehr ein Gewinner über dieser der Lehrwertkick. Es tut mir leid, es ist so. Und du müsstest dich eigentlich als Journalist verständigen darüber. Und ich weiß das, und das weißt du auch, es wäre diese Vierer-Koalition zustande gekommen. Die wäre am Montag fertig gewesen. Man hätte sich geeinigt. Und das hat Kurz überrissen. Kurz hat das gewusst. Und deshalb, das ist der einzige Grund, warum Kurz heute vom Kanzlerposten zurückgetreten ist. Es gibt sonst keinen Grund, weil niemand in der ganzen innenpolitischen Szene, auch nicht der ÖVP, auch nicht Kurz, hätte sich je gedacht, dass Grün, Rot, Blau und Neos eine Übereinkunft miteinander finden. Und das wäre zustande gekommen. Jetzt kann man aber nicht den Krieg als Verlierer hinstellen, nur weil der Kurz den Braten gekrochen hat und jetzt sozusagen einen Side-Step gewartet hat. Sondern in Wahrheit zählt er natürlich zu den Gewinnern, weil er die eiserne Doktrin der Linken niemals mit der FPÖ durchbrochen hat. Und jeder Wähler von Grün und jeder Wähler von Rot heute weiß, wenn es darauf ankommt, dann ist diese Doktrin niemals mit der FPÖ Schall und Rauch. Dann wird auch mit der FPÖ regiert. Und das ist für mich das, was ich aus dem heutigen Tag mitnehme. Und lieber Peter Westenthaler, sag mir noch abschließend bitte, wenn der Sebastian Kurz jetzt vom Kanzler zum Klubobmann wechselt, stimmst du dem Josef Tschab zu, der sagt, da ist er jetzt in Wahrheit mächtiger als vorher, da nimmt er jetzt an den Ministerratsvorbesprechungen, am Ministerrat teil, da wird er seinem Sekretär oder, wie es der Josef Tschab formuliert, Notar Schallenberg in Zukunft diktieren, wie die Regierungslinie ausschaut. Glaubst du das auch oder siehst du das anders? Na selbstverständlich. Der Schallenberg ist jetzt die Kanzlermarionette des Herrn Kurz. Der Herr Kurz ist Schattenkanzler, der aus dem Parlament und aus den Posten des Parteivorsitzes nach wie vor die Schäden zieht, da hat sich nichts geändert. Und das ist auch die große Niederlage von Werner Kogler. Denn der muss jetzt mit dieser Truppe weiterregieren. Und ich freue mich schon auf die nächsten Wochen und Monate, wo man sehen wird, ich glaube gar nicht Monate, diese Regierung ist gescheitert. Sie wird sich nicht mehr erfangen, weil ich kenne die ÖVP und ich weiß, wie sie dikt. Und ich weiß, dass das große Ganze, das die Partei zusammenhält, ist die Rache und Werner Kogler. Die machen dem Werner Kogler jetzt das Leben sehr, sehr schwer. Und der braucht jetzt stark genervt, dass er das überhaupt überlebt. Die werden sich jetzt zusammenraufen sozusagen und werden durch Kurz geleitet aus dem Parlament. Überhaupt sich nichts ändern. Die werden ihre Linie durchziehen. Und die, die da jetzt alle bald vor dem Kade stehen und die da mit schweren Vorwürfen konfrontiert sind, die bleiben dort, wo sie sind. Der Herr Schallenberg kriegt das Korsett, das politische und auch das personelle Korsett, das ist ja in Kurz umgestülpt. Bonellis, Fleischmanns, Frischmanns und wie sie alle heißen. Und die werken dort fröhlich weiter. Und das ist eigentlich die Schande des heutigen Tages, dass eine ÖVP nicht zur Besinnung kommt, dass es nicht sein kann, dass jemand gegen den solche schweren Vorwürfe am Tisch liegen. Und ich spreche nicht von der strafrechtlichen Relevanz, sondern ich spreche von der politischen Relevanz. Wenn jemand so mit der Republik Österreich umgeht, wie es in den Chat zu lesen ist, der hat in der Politik nichts mehr verloren. Und diese Lektion hat die ÖVP heute einfach negiert. Und das wird noch für viele Diskussionen sorgen. Wir kennen erst 10.000 bei 300.000 Jets. Und in den nächsten Wochen kommen die nächsten. Also ich wünsche dieser Regierung alles Gute. Sie ist zum Scheitern verurteilt. Vielen Dank.